Hallo, ich bin Valentin und ich bin Schauspieler beim Theater Eukitea. Das Thema Frieden, das liegt mir und dem ganzen Eukitea-Team sehr, sehr am Herzen. Tja, und für den Frieden, da brauchst du ganz viele gute Gedanken und du brauchst den Glauben, ja, dass alles, alles gut wird. Du brauchst Optimismus. Optimismus ist eine sehr starke Friedenskraft. Und die nächste Karte aus Gowinders magischem Friedensalphabet. Das hier, das ist der Elefant Latif mit seinem Freund Raimund, dem Schnüffeltier. Tja, und Latif, der schwitzt schon ganz stark unter dieser prallen Sonne. Und er ist müde und erledigt und wahrscheinlich hat er total viel Durst. Aber Raimund, der stützt ihn und ermuntert seinen Freund auf. Hey, komm mit, wir schaffen das. Schau doch mal, du bist schon so weit gelaufen. Ja, und das kleine Stückchen da, das schaffen wir auch noch. Hinter dem nächsten Hügel finden wir sicher eine Oase mit wunderbarem, frischem Wasser. Und außerdem geht doch die Sonne bald unter. Und dann wird es schön kühl. Raimunds Tipp ist, Optimismus gibt dir Schwung und hilft dir, Lösungen zu finden. Das brauchst du auch für den Frieden. Der Optimismus zeigt dir den Weg zu neuen Friedenswasserstellen. Und jetzt, genieße die Kraft der positiven Gedanken. Genieße die Kraft des Optimismus. Mach's gut, denk immer positiv und bis zum nächsten Mal. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020